Schönen guten Tag heute aus Marienbad. Liebe Gruppentouristiker und Reisefreunde, ich grüße Sie direkt vom Hotel Grand Hotel Nabokov. Das Hotel liegt direkt im Zentrum von Marienbad. Ein paar Schritte und Gehminuten von der Kreuzquelle und Kolonnade entfernt und ich zeige Ihnen heute dieses gruppenfreundliche Haus für unsere gemeinsame Gruppenreisen. Folgen Sie mir! Man kann direkt vor dem Hotel kurz aufhalten, um die Gäste aufsteigen und einsteigen lassen. Dann muss man natürlich mit dem Reisebus zum Parkplatz von Marienbad fahren. Das Grand Hotel Nabokov wurde im Jahre 2018 erbaut. Also es ist praktisch ein nagelneues Hotel im Herzen von Marienbad und bietet Komfort von 4 Sternen Kategorie. Das Hotel besteht von mehreren Kurhäusern und ich zeige Ihnen heute wie das im Hotel aussieht. Im Grand Hotel Nabokov befinden sich 127 Zimmer. Die sind in verschiedenen Kategorien geteilt. Wir bieten Ihnen Kategorie Komfort, wo überall die Duschecken in den Bäden sind. Die Zimmer sind alle identisch ausgestattet und entsprechen der 4 Sternen Hotel Kategorie. Kategorie Komfort Kategorie Komfort Kategorie Komfort Kategorie Komfort Ich verabschiede mich heute von dem schönen Hotel Nabokov mit einem leckeren Collage und Nachtkuchen direkt vom Frühstück und freue mich auf Ihre Gruppen in Marienbad. Bis bald bei uns!